Ha! Ha! Ciao, Papa! Ha! Christopher! Alles ist lustig! Die Leute schauen schon! Das ist wie Science-Fiction, Papa! Ich meine, wenn alles anders gelaufen wäre, wenn du anders gewesen wärst, wäre es vielleicht besser gelaufen. Wolltest du nach dem Polizisten schlagen? Ja! Warum würde man einen Hund umbringen? Ich würde das nicht. Ich glaube, man würde einen Hund nur dann umbringen, wenn man A. den Hund hasst oder B. verrückt ist oder C. will, dass Mrs. Schier sich aufregt. Das ist ein Buch, das ich schreibe. Wie geht's dir heute, Christopher? Mir geht es hervorragend, danke. Das ist schön. Im Bus auf dem Weg zur Schule sind wir heute an fünf roten Autos hintereinander vorbeigekommen. Fünf? Ja, das bedeutet, heute ist ein superguter Tag. Das freut mich für dich. Zwei Tage. Warstag. Das ist ein kurzer Tag. Fünf? Passt, formula?